Der Pannendienst kommt in einer halben Stunde. Wenn das so weitergeht, kommen wir gerade noch rechtzeitig zum Ringetauschen. Dir wäre es doch gerade recht, wenn wir noch die ganze Hochzeit verpassen würden. Warum bist du so giftig? Meinst du, ich weiß nicht, warum du die ganze Zeit diese Musik hörst und von Trinidad schwärmst, als wäre es das Paradies auf Erden? Ich bin hier verabredet mit Herrn Dior und Gisana. Also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisana gelaufen sein. Also lautschriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf dich zu ihrem Tisch führen. Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich hole einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, bitte, mein Chef. Sarah? Hi. Sie hier? Ja, ich habe ja ein Date. Das ist der... Ich habe ja ein Tag. Sie hier über jealous. Ich habe noch nicht über Touring, seit ich über Messenger in seinemrijk rausgeflogen. Ich habe ganz viel über That indienste LinkedIn einen Gedanken durch den V VIC-Re statin. Ich habe wiederñ定 eine Kanada als Video aufyesen Bamben. Ich habe auch ein paar Leute SPL und runtergefriend. Ich habe ja nicht gegenseit negative Plan. Ich bin gerade guaranteed. Ich habe ja auch einen Tag. Ich habe gehe rem goede aggressivки. Gabler, sagten Sie nicht, Sie wollten Ihren Führerschein zurück? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schakka! Untertitelung des ZDF, 2020